Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Hat sie das getan? Nein, nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schäfer go desha. Ja, ja, nia gott si son. Komm, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut, gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie, ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was Sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo, wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die... Haben Sie also besiegt? Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiel nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Tja, schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamalan und Chinggis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er Herr sein, Nate. Dann ist Lazarewitsch wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ah, Elena Korn. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Tingsanen, Pala Tinggongri. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt sie hin. Na das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Sieht einladend aus. Was steht da? Was steht da? Du hüttert, das denkst du. Jetzt wo du sagst. Du... Tenzin. Äh, Pantomime liegt mir nicht. Guck was. Schon mega. Warte. Tenzin. Tenzin. Wozu brauchst du das? Hier warten sich ja riesige Eisbären auf uns. Aber cool, dass er alles überlebt hat. Bergsteigen. Ich liebe es einfach, wie Nate komplett mit Schnee bedeckt ist, wenn wir hier so durch den Schnee laufen. Die Playstation 3 ist ziemlich angestaubt, aber manche Sachen sehen nach wie vor richtig cool aus. Da hat sich Noridog wirklich Mühe gegeben. Die Atmosphäre in dem Spiel ist der Wahnsinn. Oh, Mann. Da kommen wir ja niemals rüber. Och, ich bin nur ziemlich zuversichtlich. Was hast du da? Was denn? Dann viel Glück, Kumpel. Das klappt nie. Wow, du hast es geschafft. Gut. Wow. Klar. Schwingen wir uns mit diesem 70 Jahre alten Seil rüber. Klar. Wow. Yeah. Und das hält auch. Runter. Genau mit seinem Arsch ins Gesicht. Mit seinem Arsch. Nathans Arsch. Nö, ich geh zurück. Genau. Das hab ich auch gedacht. Ich hab eine Waffe gefunden. Oh, Mann. Keine Donuts mehr für Drake. Das wird beschlossen am Anfang des Spiels. Hier runter? Geh gerne hier runter. Anscheinend sind wir auf dem richtigen Weg. Aber hier ist nichts. Das kann Schäfer nicht gemeint haben. Da lang, klar. Die Dinger beißen, weißt du? Hab's so wild. Lass den den Täter nur Spritze geben. Woher? Keine Ahnung, aber... Wollte schon klappen. Oh mein Gott. Ich bin sogar verschwunden. Hab jetzt nicht damit gerechnet, dass er direkt umdreht. Bei ihm tut das schließlich auch nicht. Oh, ist sogar nicht dran festgehalten. Kann dauern. Jetzt bin ich dran. Ich geh auf Nummer sicher. Okay. Kann man sich an solchen eisigen Dingern festhalten? Hey, was soll die Eile? Ja, es ist kalt. Hier sind wahrscheinlich die Viecher, die uns jagen. Das sind Schneeschuhe, keine Laufschuhe. Noch mehr Wölfe. Fantastisch. Ich glaub, das sind aber noch nicht mal die Viecher, die uns was tun werden. Was hast du gefunden? Er ist schon eine ganze Weile tot. Ja? Tada. Schön konserviert. Der Ginter Manistein. Das muss einer von Schäfers Männern sein. Gerade so geschafft. Das sah schon ziemlich brüchig aus, dass die da raufgegangen sind. Tenzin, los! Okay, ich helf dir hoch. Ja, ich kann leider immer noch nicht. Ich zuerst, was? Okay. Dann soll's so sein. Hier weiter? Ja. Oder auch nicht. Das sah für mich nach dem einzigen Weg aus. Wow, muss ich nicht runterfallen. Kann ich mich nicht an den Eiszapfen festhalten? Ich muss da lang. Vielleicht bin ich nur falsch abgesprungen. Nee, ich glaub, ich kann mich an der Seite festhalten. Gucken wir mal. Hier an den Dingern könnte klappen. Vorsichtig! Schön. Ab nach oben. Schön, dass es hier befestigt ist. Kommen wir locker weiter. Okay, so weit, so gut. Da seh ich ein Seil. Ist doch ein bisschen gefährlich, da hinzuspringen, oder? Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Aber locker. Voll alles ist jetzt hier ziemlich gefährlich, wow. Ist ein Seil. Komm schon, ich fang dich. Oh, das ist ein Fein. Wah, wah, wah. Gitteschön. Du schuldest mir was. Töte zäh. Na, wohin damit. Wieder nach oben. Dass das hält. Nicht schlecht. Ich hole mal ein bisschen mehr Schwung. Oh, ich hoffe, das reicht. Immer so knapp. Wir sind quitt. Kettchen, Maso. Na, je. Wo führt er uns hin? Verdammt, was war das? Ja, Kommasso. Hier sieht cool aus. So ein Mist. Was war das? Was war das? Na, Kogume. Ja, komm schon. Tenzin, wir müssen weiter. Holy shit. Wer würde das so tollen Wölfen antun? Arbtiere. Spiel gleich eine Runde Monster Hunter, würde ich sagen. Gucken, wer dafür verantwortlich ist. Wow, wow, wow. Okay, Viecher ausfindig gemacht. Okay, dann gucken wir mal. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Das Vieh wird uns ziemlich erledigen. Sehen wir uns mal hier ein bisschen um. Irgendwas krabbelt hier sicher noch rum. Wow, shit. Da würde der aber immer noch hochkommen. Boah, bloß nicht ins Wasser, ist ja eisig. Cool, cool. Machen Fortschritte, perfekt. Da ist ein Schatz. Schön. Oh, shit. Ich dachte, ich komme an die Leiter. Schade.